Professionelle Schreibende können sehr von KI-Tools profitieren, und zwar indem sie die KI-generierten Texte als Inspiration nutzen, sich aber vom Wortlaut der ausgegebenen Texte lösen und die dahinterstehenden Ideen dann in ihren eigenen Texten weiterverarbeiten. In der systemischen Beratung sagt man, dass man seine Hypothesen über die KlientInnen nicht heiraten soll. Ich finde, dass man das ganz gut auf die Arbeit mit KI-Tools übertragen kann. Man kann mit den generierten Texten flirten, sollte sich aber nicht zu eng an sie binden. Zum einen müssen die Informationen, die in KI-generierten Texten enthalten sind, verifiziert werden, im Sinne von, stimmt das eigentlich überhaupt, was da steht. Zum anderen haben wir aktuell noch nicht flächendeckend KI-Textgeneratoren, die auch wirklich fachspezifisch schreiben können. Deshalb muss man sich immer fragen, wodurch zeichnen sich eigentlich wissenschaftliche Texte in meinem Fach aus? Welche sprachlichen Mittel werden genutzt, um sich zu positionieren oder Ergebnisse zu diskutieren? Wie stelle ich die kommunikative Passung der Texte sicher, dass sie also zu meiner Zielsetzung, zu mir als Autorin und zu den AdressatInnen passen? KI-Textgeneratoren können also gut als Sparing-Partner eingesetzt werden, fordern mir aber kritisches Reflektieren ab. Sie können Gegenargumente zu unseren Argumenten liefern und uns verschiedene Perspektiven auf einen Sachverhalt aufzeigen. Es geht also nicht um die Texte an sich, die sie uns ausgeben, sondern um die dahinterstehenden Ideen, die wir dann in unseren eigenen Denkprozess integrieren können. Schreiben ist nicht nur dazu da, bestimmte Inhalte zu vermitteln und Texte für andere zu schreiben. Man kann und man sollte auch Texte für sich selber schreiben, das Schreiben als Denkwerkzeug nutzen, als Instrument, um Wissen überhaupt erst zu entwickeln. Indem Ideen aufgeschrieben werden, können sich beim Schreiben neue Ideen entwickeln und mit den neuen Ideen kann dann wiederum die KI gefüttert werden, um daran inhaltlich wiederum anzuknüpfen. KI-Werkzeuge wiederum können uns zu anspruchsvollerem Arbeiten befähigen, indem sie uns auf Gedanken bringen, auf die wir ohne sie gar nicht gekommen werden. Lästig sind die KI-generierten Texte also als Hilfstexte zu betrachten, die uns unserem Endprodukt näher bringen. Nicht aber als finale oder fast finale Produkte, die man einfach copy-pasten kann.